Hallo und herzlich willkommen zurück zum Garofield 3! Ich schaue ihn. Knall sie doch einfach ab, Mann! Das ist wenigstens eine bessere Waffe. Das ist gut, Aris. Ja, boi! Ah Ah Klaue hoch! Das war's für heute. Fuck, Alter, war es ein Schuss, ey? Fuck, Alter, war es ein Schuss! Goh, Mann! Na ja, rennt ihr mal voraus, das ist gescheiter. Ich hab doch eh gedrückt, warum ich... Was? Wie? Wo? Warum? Ach, ich bin gestorben. Scheiße, ich bin der Kraftfeuer, gar nichts, ey. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Bist du voll der Hände? Alter! Jungs, trefft ihr euch nicht mit Wasser, oder? So macht man es, Baby. Jungs, trefft ihr euch mit Wasser. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, schlaupe! Ja, schlaupe! Ansonsten, Ansonsten, Ansonsten! Schau! Alter Fader, ey. Das ist eine Ballerei, denn ey, das ist der Wahnsinn, ey. Das ist eine Ballerei. 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 Das ist eine Krott. Das ist eine bloggerliche Shane, microfibliere mir. Das ist eine Wahhab. Und er ist eine Gewaltbe摸َ łeißани. Das ist eine Bedingung. Das ist eine Blizendo... Das ist eine Schraef kam. Wohletz laughs. Ich zähle übrigens genauso viel wie ihr, ich höre sie gar mit gar nix. What the hell? Ah, gespeichert, gut, ok. Mission tonne lauf, ja das ist klar, mach mir das glatt. Wann war das? Vor 10 Stunden, 80.000 Tote. Explosionsort war die Euronext-Börse. Wie fühlt sich das ab? Glauben Sie etwa, ich wollte das? Ihr Regierungsspitzel seid echt noch kranker als euch nachgesagt wird. Ich will verhindern, dass das gleiche in New York passiert. Wer glauben Sie hat das getan, Sergeant? Die PLR und Solomon. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Schwachsinn! Und dann? Hätten Sie es nicht trotzdem geschehen lassen? Sergeant, denken Sie doch mal zurück an die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Nicht Dima. Unmöglich. Ich warte. Wir hatten einen Notruf abgesetzt. Anvil 3, Teil der Charlie-Kompanie, erste Panzer. Sie kamen, um uns zu holen. Miller kam, um uns zu holen. Schau, Mummel, was mich jetzt erwartet. Meller, weg mit dem Dino. Wir müssen los. Meller, lass den Scheiß. Also ich fahr zumindestens wohl nicht selber. Meller, lass den Scheiß. Wissen Sie, wir müssen los. 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 Was soll das denn? Okay, haben Bereitschaftsgrad 1. M3-1-2-3-3, irgendwelche Sichtkontakte, bitte melden aus. Negativ, noch links. Okay, alles zuhören. Ihr seht uns, Freunde. Oh, ihr Männer. So, Jungs. Ihr macht mal auf Essen, mein Gott, nein. Bevor wir hier mit dem Panzer ausrücken, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Aber ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschau mit V und bis zum nächsten Mal.